Ich begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Zum wiederholten Mal in diesem Jahr stocken die USA ihre Truppen im Nahen Osten auf. 1.000 zusätzliche Soldaten sollen in der Region gegen Luft-, See- und Bodenbedrohungen stationiert werden. Aus dem US-Verteidigungsministerium hieß es zugleich, die Vereinigten Staaten suchten keinen Konflikt mit dem Iran. Nach Explosionen auf zwei Öltankern in der Straße von Hormuz vor wenigen Tagen haben sich internationale Sorgen um eine Eskalation des Konflikts verschärft. Die USA machen den Iran für die Angriffe verantwortlich. Eine große Zahl von deutschen Studentenverbänden hat sich für eine Verurteilung der Israel-Boykott-Bewegung BDS zusammengetan. Ihre Resolution wurde auf der Deutsch-Israelischen Studierendenkonferenz in Frankfurt am Main beschlossen. Unterzeichner sind die Bundesverbände der Hochschulgruppen von Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen sowie der freie Zusammenschluss von Studentinenschaften, der sich als überparteilich bezeichnet. Die Studentenvereinigung der Linkspartei wollte den Beschluss nicht mittragen. Die der AfD war als Mitunterzeichnerin nicht erwünscht. Iranische Führer haben angekündigt, ihre Urananreicherung auf 20 Prozent zu erhöhen. Laut dem Atomabkommen sind höchstens 3,67 Prozent erlaubt. Technisch gesehen sind bei einer so hohen Anreicherung bereits 90 Prozent des Weges der Anreicherungsarbeit für eine Atombombe erledigt. Drei weitere arabische Länder haben zugesagt, an der Wirtschaftskonferenz zum Nahostkonflikt in Manama teilzunehmen. Jordanien, Ägypten und Marokko folgen damit einer Einladung der USA. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Gastgeber Bahrain hatten schon früher ihre Teilnahme angekündigt. Die USA wollen auf dem Gipfel vom 25. bis 26. Juni um Unterstützung für ihren bisher nicht veröffentlichten Friedensplan für den Nahen Osten wehren. Moldawien will seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Das entschied die Regierung unter Premierminister Philipp. Das südosteuropäische Land befindet sich in einer politischen Krise. Das oberste Gericht hat Präsident Dodon alle Vollmachten entzogen. Premier Philipp löste das Parlament auf und setzte Neuwahlen an. Nach seiner Aussage hat die Regierung den Botschaftsumzug zu diesem Zeitpunkt beschlossen, damit die Entscheidung auch dann respektiert wird, wenn sich die Machtverhältnisse durch die Wahlen ändern sollten. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.